Servus, heute wollte ich noch einmal ein, ja ich würde sagen diesmal endlich finales Video zur DS2 Serie vom Project machen, denn ich habe sie mittlerweile schließlich schon das dritte Mal da, aber nachdem ich sie das erste Mal eben schon hier hatte, war ich so begeistert von ihr eben, gerade in der Combo Prebox DS2 Digital, dann eben mit der Stereo eben Endstufe, hat die mich irgendwie ja nicht loslassen können, deswegen habe ich sie per Zufall noch ein zweites Mal bekommen und auch da genau alles Begeisternde wieder so bestätigt bekommen und deswegen habe ich sie noch ein drittes Mal angefragt, gerade eben nachdem ich das erste Mal mit meinem Pega 701 in Kombination getestet habe und die Combo scheint im Prinzip mein Traum zu sein, habe ich irgendwie gedacht, hole ich sie mir nochmal, diesmal allerdings eben noch zusätzlich mit dem Linearnetzteil und auch eben mit zwei Mono Endstufen, damit ich das Ganze mal vergleichen kann, ob es da eben noch, ja würde ich mal sagen Potenzial gibt, um das nach oben hin zu verbessern, wobei ich nicht unbedingt sagen will Potenzial nach oben, sondern eventuell eher seitlich, weil das Geniale an dieser ganzen, ja überhaupt Project Serie ist, dass das alles modular ist, also ich habe hier auch, das seht ihr hier auf dem Tisch schon, einen ganzen Haufen Boxen, also da gibt es eben einmal die Prebox, dann das Linearnetzteil, dann die Stereo Endstufe oder die zwei Monoblöcke und ihr könnt da im Prinzip noch einen Streamer dazukaufen oder eben einen Vorverstärker, der eben rein analog ist und so weiter und so fort. Ich möchte hier halt, wie schon gesagt, auf das, was ich gerade hier habe eingehen, weil das für mich so am interessantesten war und einfach das mal ein bisschen teilen, was da halt nach einer ganzen Weile rausgekommen ist, denn dank eben ATR hatte ich eben, ja würde ich mal sagen, das Vergnügen, es ist ja jetzt schon, glaube ich, gut ein halbes Jahr hier zu haben, also das wäre mehr als Langzeittest und ich wollte einfach mal, ja das, was so über die letzten Monate so rausgekommen ist, dabei mit euch teilen, weil viele Tester, die testen einfach nur ihre Zahlen durch und geben dann kurz ein Seminar. Ich wollte halt hier einfacher sehen, wie es mit meinen Lautsprechern eben sich ergibt und da waren eben hauptsächlich im Test meine Mi Note 2, ich habe die Nuvero 140 mal von Uber eine ganze Weile dran gehabt und dann auch, glaube ich, die Lysien, dann natürlich meine Piega und auch noch wahrscheinlich die Doppel 7, also das war es so grundsätzlich. Im Vergleich allerdings zu den Quad, guckt euch einfach den Test dazu an, die Quad-Kombo, die ich da hatte, auch von Audio Lab und auch von Audio Luxe und das war immerhin eine 10.000-Euro-Kombo, also 6.000 Euro Verstärker Class A und eben 4.000 Euro DAC. Das hier ist ein gutes Stückchen günstiger und ich sage es euch schon mal vorab, gefällt mir persönlich besser und das ist natürlich immer persönlicher Geschmack. Manchem gefällt halt so eine Class D Endstufe besser als jetzt eine Class AB und es muss auch immer mit den Lautsprechern zusammenhängen, denn bevor wir dazu kommen, allerdings kommen wir noch mal kurz zu den einzelnen Geräten, also ich möchte am liebsten kurz mal das Linearnetzteil abspeisen, weil das Ding ist extrem schwer, also ich kann es jetzt auch nicht wirklich heben, das ist das Problem, weil dafür brauche ich schon zwei Hände, das Ding wiegt gefühlt mal mindestens 5 Kilo. Ich versuche es jetzt irgendwie nochmal, weil leider habe ich keine zweite Hand und die möchte ich auch nicht einsetzen, sonst reißt da wieder was. Also hier seht ihr das schon, das ist ein ganz simples Teil halt mit An- und Ausschalter, mit Kippschalter. Ja, das klippt recht satt, würde ich mal sagen, stelle ich das mal jetzt hier auf die Seite, da könnt ihr das nochmal sehen. Also ihr habt hier im Prinzip die Möglichkeit, entweder zwei Monoblöcke oder zum Beispiel jetzt eine Stereo Endstufe hier dran anzuschließen, um die mit eben cleaner, leerer Power zu steuern. Also ihr seht schon 2x48 Volt, dann gibt es eben noch den Triggerout. Hier sollte erwähnt werden, dass das ein 2,5er ist, kein 3,5er wie ich dachte, deswegen konnte ich die Triggerfunktion jetzt so gar nicht testen. So, das tun wir jetzt mal gleich zur Seite und da möchte ich jetzt ein paar Worte dazu verlieren. Ich habe mich immer gefragt, was so ein Ding genau bringen soll. Und egal, was ich im Internet rausfinde, egal, was ich Leute frage, die so ein Ding besitzen, so wirklich genau konnte mir das keiner sagen. Jeder sagt halt immer, ah, das Teil wird einfach vom Klang besser, aber was genau? Direkt konnte keiner darauf eingehen, denn im Prinzip linearer Strom, sauberer Strom, besserer Klang hin und her. Das ist so das, was ich irgendwie davon rausgenommen habe. Was ich jetzt allerdings effektiv selbst höre, ist kein Unterschied, also zumindest kein Positiver. Ich muss allerdings auch erwähnen, dass mein Strom in meinem Haus ein bisschen unglücklich gelegt ist, denn ich dachte, als ich dem Elektriker gesagt habe, er soll eine neue Stromleitung entlegen, dass er nicht eine einfach nur mehrfach zieht, weil bei mir ist es auch so, wenn ich irgendein Gerät einschalte, dann haut es mir kurz den Beamer oder das Signal weg und so weiter, wenn der an ist oder irgendein sonstiges Gerät. Also wenn ich zum Beispiel das Linearnetzteil dran habe, dann habe ich an den Endstufen sowie an der Mono-Endstufe so eine leichte, ich will nicht sagen direkt Brummschleife, aber so ein leichtes Surren ist drauf, das ich ohne nicht habe. Und im Prinzip soll es ja genau das Gegenteil bewirken. Also in meinem Falle tut es nicht ganz das, was es soll. Ich denke allerdings mal, wenn ihr einen sauberen Stromkreislauf habt, wo eben nichts irgendwie sich in die Quere kommt, dann könnte das Ergebnis auch ganz anders sein. Das könnte allerdings natürlich auch anders aussehen mit anderen Lautsprechern oder sonstiger anderer Hardware. Und je nachdem, wie ihr das wahrnehmt, weil ich muss persönlich sagen, ich sehe, sage ich jetzt einfach mal so offen, keinen wirklichen Mehrwert davon, denn es ist ein Netzteil im Prinzip, das knappe 500 Euro kostet und ich habe keine breitere Bühne feststellen können oder irgendwas Mächtigeres oder Saubereres, in meinem Fall eben sogar weniger sauber und das ist einfach nur mein Ergebnis. Guckt euch einfach mal an, was andere Leute sagen, weil ich habe eben auch mit Leuten geredet, die das Ding haben, auch zum Beispiel für die RS2-Serie und die sagen, sie finden es enorm besser, weil der Klang einfach nochmal räumlicher wird, wird nochmal voluminöser. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube es nicht, dass es ein Placebo-Effekt ist und so weiter, aber persönlich muss ich dann sagen, habe ich entweder nicht ganz das Verständnis, ich weiß vielleicht nicht genau, wo ich darauf achten soll oder es will bei mir irgendwie nicht, aber ich kann das jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Möchte ich jetzt eben noch auf die Prebox 2 einmal eingehen, also die DS2-Digital. Und zwar habe ich das Ding ja schon ausführlich in dem Test besprochen, also deswegen möchte ich da auch nur nochmal kurz darauf eingehen. Was ich nicht ganz so toll finde, ist, dass man halt, hier ist nur so ein kleiner Punkt, ich kann es jetzt aber übrigens abziehen, wenn das Ding jetzt mal wieder zurückgeht, denn das habe ich mir nur, dass ich im Dunkeln sehe, ja, egal, dass ich sehe, wo da die Anzeige ist, weil da ist so ein kleiner Punkt, aber man hat im Prinzip von Weitem oder gerade auch im Dunkeln, wie bei mir, keine Chance zu sehen, wie laut man das Ding denn gestellt hat und deswegen wollte ich mir da behilflich sein. Ansonsten gibt es, und das ist für mich das Wichtige hinten halt, im Prinzip alle Anschlüsse, die ich gerne hätte. Also entweder einmal ein variabler Auto oder ein Fixer, dann eben Subwoofer, zwei analoge Eingänge, ihr habt noch variablen Gain, ihr habt eben die Trigger-In- und Outputs, Bluetooth eben mit Appetix, also auch super versatzfrei, zwei optische, was ich mittlerweile einfach mindestens brauche, dann allerdings eben USB vom PC und auch koaxial, noch ein SPDF-Out, was auch relativ selten ist, und dann halt noch den Stromanschluss, das ist dann ein kleineres Netzteil, wie zum Beispiel bei einem Handy oder so ähnlich und das könntet ihr allerdings auch linear betreiben, finde ich halt ein bisschen Overkill, aber wie gesagt, wenn es Geld hat und man anders ist, ist es schon sowieso in so ein System, oder wenn man gerade noch einen Stream hat, weil man kann zum Beispiel an einem Linear-Netzteil, das nicht das gleiche ist wie hier, eben zwei solche Geräte daran anschließen, also zum Beispiel jetzt noch einen Streamer und die eben mit Cleaner-Power vergeben. Persönlich, wie gesagt, sehe ich es nicht als Nücher, aber zu dem Ding wollte ich eigentlich nur noch im Prinzip ein paar Sachen sagen, und zwar das eine Ding, was mich stört, was so ein bisschen Grund ist, wieso ich das Ding, egal wie gerne ich es hätte, nicht kaufen könnte, ist, dass wenn ich es über meine Bluesound Note 2i, also meinen Title-Streamer im Prinzip nutze und der zwischen Master-Qualität wieder auf Hi-Fi wechselt, also wenn ich jetzt ein Lied habe, das Master hat und eins das Hi-Fi hat und danach wieder eins das Master hat, dann klickt bei jedem Umschalten von dem Lied ein Relais in so einem Ding, und ich persönlich kann hörbar klicken der Relais einfach nicht ausstehen, deswegen war zum Beispiel auch für mich die 10.000 Euro Luchsmann-Kombo ein grauste, die war sogar noch schlimmer, die war so, dass jedes Mal, wenn man bei der Musik vorskippt oder die Quelle vorskippt oder jedes Lied wechselt, egal wie es permanent geklackt hat, und es war ein deutlich lauteres Klang. Hier ist es nur einmal pro Lied und wenn ihr einer seid, der sowieso nur ein Album hört, das immer in der gleichen Qualität ist oder eben alles Master, alles Hi-Fi, dann hört ihr das nicht, aber das war so eine kleine Sache, die mich gestört hat, wobei ich mit der Bluesound auch noch die Möglichkeit hätte, das abzuschalten, indem ich den internen DAC, also praktisch das MQA-Dekodierung eben vom Bluesound ausschalte und über den hier laufen lasse, ist aber nicht unbedingt die bestmögliche Qualität, weil das Ding hier leicht anders klingt, weil einfach die MQA-Dekodierung vom Bluesound besser ist, und deswegen wollte ich das nicht machen, aber das wäre eine Sache gewesen, ansonsten auch die LEDs, das sind zwar nur ziemlich kleine, blaue, aber extrem helle, und im Dunkeln, wo ich meistens Musik höre, auch störende LEDs, wäre es mir hier recht gewesen, dass man die hätte dimmen können, oder eventuell sogar komplett ausschalten können, wäre mir einfach am liebsten gewesen. Dann, wie schon erwähnt, dass man die Lautstärke von weitem nicht wirklich ablesen kann, und eine Sache noch zur Fernbedienung, die mir gefällt, ich habe sie gerade nicht da, das ist so eine kleine Tastenfernbedienung, so eine Folienfernbedienung, dass da das Lautstärkerad mechanisch ist, das hört man dann auch, wenn es mechanisch dreht per Fernbedienung, ist es in bestimmten Lautstärkestufen nicht fein justierbar genug, das heißt, ich drücke einmal, da passiert nahezu gar nichts, dann drücke ich nochmal, und dann setzt es halt einen größeren Sprung und ist dann teilweise eben zu laut, und ich habe das halt öfter gehabt, dass es gerade eben von zu leise auf zu laut gewechselt hat, das ist so eine Kleinigkeit, aber ansonsten, die Anschlüsse, wie gesagt, top und vom Klang top, von der Bedienung her top, gefällt mir das Ding super, aber in erster Linie ging es mir bei diesem Vergleichstest, als ich mir nochmal alles geholt habe, ja um eine Sache, wie klingte die Stereo-Hendstufe, die ich hier habe, lasst mich die kurz mal holen, also das wäre einmal die Mono, und das wäre hier die Stereo, übrigens diesmal sogar mit Holzteilen, das zeige ich euch dann auch gleich nochmal, und da wollte ich eben wissen, wie klingen zwei Monoblöcke im Vergleich zu einer Stereo-Hendstufe, weil der Preis ist halt schon nahezu der doppelte, kostet die hier glaube ich knappe 500 Euro, eine, oder 550, und glaube ich 450 eben, dafür bräuchte dann ein M2 die Mono-Hendstufen, und ihr seht natürlich, hier habt ihr halt noch eben In und Out, zwei Teile, weil ihr halt zwei Paar Lautsprecher anschließen könnt, ansonsten ist es natürlich das gleiche. Noch kurz zu dem Holz, das wollte ich euch ja noch zeigen, also ich muss sagen, anfangs, ich kann mir das leider nie merken, ob es 50 Euro Aufpreis sind oder 100 Euro, ich glaube aber eher 50 für eben die Seitenteile, und anfangs dachte ich, ja, das braucht man nicht wirklich, aber das Gerät wird dadurch breiter, meiner Meinung nach ein bisschen schöner, also ich fand es integriert wirklich sehr, sehr schön, es hat was, es gibt es auch in drei verschiedenen Farben des Holz, dann natürlich noch die Box, entweder eben in Alu, auch in Schwarz, und das Holz gibt es auch in Dunkel, aber ich muss sagen, gerade weil es auch dann die Breite von meinem Blue Sound hat, würde ich wahrscheinlich doch das bisschen noch zahlen für die, aber ich wollte jetzt auf die Unterschiede eingehen, und zwar haben wir bei der Stereo Endstufe 140 Watt, bei den Monoblöcken 200 Watt, und deswegen, für mich als Tester, würden eigentlich die zwei Monoblöcke ein bisschen mehr Sinn machen, weil ich dann einfach noch mal ein bisschen Reservenrichtung, Leistung nach oben hätte, bei hohlen Pegeln, aber wenn ich jetzt persönlich von mir aus gehe, einfach auch vom persönlichen Geschmack, mit den Lautsprechern, die ich hier betreiben würde, würde ich sogar zur Stereo Endstufe greifen, weil die mir ein kleines bisschen mehr zugesagt hat, und ich sage euch jetzt mal grob die Vergleiche, ich möchte einfach noch mal kurz eingehen, drauf, und zwar ist es so, dass die Mono Endstufe klingt ein bisschen plastischer in der Tiefe, also ihr habt hier mehr eine Tiefenwirkung, wo dann zum Beispiel die Stereo Endstufe ein bisschen, also nicht ganz so tief wirkt, zwar immer noch mehr als tief genug, aber dafür eher in die Breite geht, dann habt ihr allerdings noch bei der Mono, und das sind wirklich kleine Unterschiede, aber wahrscheinlich auch bei höheren Pegeln, dann erst bemerkbar, die ist einfach vom Bass ein bisschen kräftiger, warum nicht betont oder sonstiges, aber man spürt hier einfach noch mal mehr Energie, ein bisschen wuchtiger, und gerade wenn ihr Lautsprecher habt, die die Power haben, dann merkt man das, wie ich zum Beispiel eben bei den Coax 500L von Pieger feststellen konnte, also einfach ein bisschen wuchtiger, voluminöser, noch ein bisschen beeindruckender im Bass, aber eben kontrollierter, noch ein bisschen präziser, und bei Stimmen, tonal, eigentlich ein kleines bisschen, würde ich sagen, korrekter, aber obenrum, also ganz obenrum, ein bisschen verhaltener, soll jetzt nicht heißen, irgendwie, dass sie da dumpfer oder sonstiges sind, ich würde einfach sagen, sehr, sehr schön angenehm seidig, ein bisschen relaxter, und die Stereo klingt halt allgemein, dadurch, dass sie auch weiter klingt, noch ein kleines Stückchen luftiger, aber auch ein kleines bisschen heller, und dieses kleine bisschen breiter, was ich bevorzuge in meinem kleineren Raum, weil ich da die Tiefe nicht so brauche, aber dieses leicht hellere, und dieses bisschen, würde ich sagen, brillantere, aber auch ein bisschen dynamischere, hat mir einfach persönlich mit dem Pieger besser gefallen, und das ist natürlich absolut persönlicher Geschmack, was ihr wollt, also je nach Lautsprecher, manche wollen es relaxter, manche wollen irgendwie nicht extra Informationen anhören, wobei die Details sogar ein bisschen besser werden, obwohl die leichter rauszuhören sind, oder sagen wir mal, ein bisschen betonter sind bei der Stereo, sind sie bei der Wohnung ein bisschen leichter, fast schon rauszuhören, aber das ist persönlicher Geschmack, manche mögen es ein bisschen höhenlastiger, oder nicht höhenlastiger, aber brillanter, obenrum, ein bisschen frischer, weil die wirkte auch ein ganz kleines bisschen dynamischer, also das kam alles minimalst schneller nochmal rüber, einfach vom Antritt her, und bestimmte Sachen, dafür halt, wie gesagt, der Antritt und die Wucht, nochmal einfach ein bisschen spektakulärer bei der Mono, aber im Prinzip könnt ihr mit beiden absolut nichts falsch machen, das habe ich mir auch so aufgeschrieben, und gerade im Vergleich jetzt eben, zum Beispiel zu was günstiger, weil mich fragen zum Beispiel viele Leute immer, muss ich so viel Geld ausgeben und so, und ihr könnt natürlich auch, alle möglichen Lautsprecher mit günstigen Sets, wie zum Beispiel dem Jota VX, das ich ja da hatte, die SA3 und PA3 Combo betreiben, aber gerade wenn ich, wo ich die eine ganze Weile benutzt habe, und die hier im Wohnzimmer, also die Project X, und dann eben die nochmal mit rüber genommen habe, weil andersrum ging es nicht vom Tragen, einfach nochmal ins Kleidezimmer, mit der DS2 Combo gegangen bin, der Unterschied von der Jota Combo, die so knappe 800 Euro kostet, als Set eben mit Vorstufe, und eben der zweiten Endstufe, und dann zu der hier, wenn ich jetzt überlege, ich gehe jetzt mal von der Stereo Endstufe aus, für knapp 500 Euro, und der Prebox dann für knappe 700 Euro, dann liegen wir bei 200, das sind 400 Euro Aufpreis, aber der Unterschied an Räumlichkeit, also der ganze Raum wirkte deutlich gefüllter mit Klang, und das an den gleichen Lautsprechern, bei der gleichen Lautstärke, wirkte deutlich plastischer, die Bühne ein bisschen breiter, aber der Klang auch vor allem deutlich klarer, deutlich differenzierter, deutlich dynamischer, und der Unterschied für 400 Euro Aufpreis, ist meiner Meinung nach absolut wert, denn ich glaube nicht mal, wenn ihr die 400 Euro in andere Lautsprecher investiert, dass ihr bei weitem das rauskommt, und ihr braucht natürlich ein gewisses, würde ich mal sagen, Grundpotenzial, und wenn ihr das den Lautsprechern nicht gebt, dann macht das nicht viel Sinn, deswegen, ihr müsst auf jeden Fall ein gewisses Grundpotenzial an eben Elektronik haben, damit die Lautsprechern das Potenzial auch ausfahren können, und die Pieger zum Beispiel, zeigen das deutlich, dass sie im Prinzip, auch wenn es für sich, wenn man das jetzt nur so hört, mit der IOTA VX-Kombo eigentlich unterfordert sind, denn die hat nochmal deutlich mehr Potenzial, das sie zeigen kann, und das muss ich sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, Problem ist, wie gesagt, oder was habe ich noch nicht gesagt, aber das Problem an mir momentan ist, dass ich sie mir eigentlich zulegen wollte, die Kombo in welcher Form jetzt auch immer, wo ich überlegt habe, aber ja, durch den ganzen Unfall und so weiter, gab es da ein bisschen finanzielle Rückschläge, deswegen muss ich das erstmal zurückstellen, aber ich kann im Prinzip so alles empfehlen, also die Stereo-Endstufe auf jeden Fall, die Prebox sowieso, das habe ich ja im ursprünglichen Test schon, die Mono, eben für Leute, die es noch eventuell vielleicht ein bisschen kleines, bisschen relaxter haben wollen, ein bisschen wuchtiger, ein bisschen spektakulärer, gerade auch in einem größeren Raum, mit eben auch anspruchsvolleren Lautsprechern, die einfach nochmal ein bisschen mehr Power haben, weil ihr habt halt einfach mehr Reserven, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, und die Prebox, wie schon gesagt, hat eigentlich alles, Linear-Netzteil persönlich, eventuell bei wirklich starken Lautsprechern und so weiter, kann es vielleicht Sinn ergeben in eurer Situation, wenn ihr es mal probiert, vielleicht ist das eine Wahrnehmungssache, vielleicht nehmen manche den Unterschied, bei so einem Netzteil komplett anders wahr, kann ich nicht sagen, möchte ich deswegen nicht beurteilen, aber nichtsdestotrotz, ein echt geiles Teil und auch eben, das wollte ich einfach nochmal zurückzukommen, als ich ja schon die Luxman und die Quadcombo erwähnt habe, die Quadcombo und auch die, die Audio Lab Combo, die lagen so bei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drei, dreieinhalb Tausend Euro, und das ist ein gutes Stückchen drunter, und jeder sagt ja nochmal, Class A, Class A ist besser und so weiter, ich muss in letzter Zeit sagen, diese ganzen Class D-Einstufen sind so gut geworden, die sind mittlerweile so musikalisch, die sind so natürlich, die sind da, aber meistens finde ich persönlich ein bisschen spritziger, ein bisschen dynamischer, weil sie vielleicht, weiß nicht, wie das funktioniert vom Schalten, da direkter ansprechender sind, einfach ein bisschen involvierender, gefallen mir, zumindest von denen, die ich bisher getestet habe, sogar besser, und das soll jetzt nichts Generelles sein, aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt eben doppelt und dreifachen Preisen gehört habe, würde ich immer noch sowas vorziehen, das heißt allerdings nicht, dass andere Hersteller nicht eben auch, vielleicht wie Class D, vergleichbares oder konkurrierendes Produkte herstellen können, absolut nicht, ich werde versuchen, die mir irgendwie noch ansehen zu können, aber ich bin jetzt nach gut einem Jahr, seit ich es das erste Mal getestet habe, und jetzt beim dritten Mal noch immer genauso begeistert, weil jedes Mal, wenn ich irgendeine andere Combo nutze, und dann auf die hier switche, merke ich gleich, da, da, da ist irgendwas, was halt einfach besser passt als bei anderen. Ja. Ich hoffe mal, das war in irgendeiner Form hilfreich, es war ein bisschen durcheinander, und ich habe mir für diesen Test auch länger Zeit gelassen, als ich hätte müssen, gut, da war das Ganze mit dem, mit der Verletzung noch mit drin, aber ich, ich, persönlich, brauche da einfach ein bisschen länger Zeit, weil klar, es gibt Tester, die klappern sowas in einer Woche ab, aber ich habe einfach gerne, einfach über eine längere Zeit, so ein Gefühl, auch teilweise eben, nutze ich sie dann zum Beispiel mal eine Woche, dann gehe ich mal, vielleicht einen Monat in das andere Zimmer, höre mit einem anderen Combo, und wechsle dann wieder, einfach mal, um immer wieder im Alltag zu sehen, habe ich immer wieder diesen Oha-Effekt, finde ich immer wieder diese Aspekte, die ich eben bei einer Combo höre, im Verhandlung gleich zu hören, habe ich die jedes Mal immer wieder, und egal wie oft ich die höre, und ob sie zum Beispiel, und es ist zum Beispiel, jetzt nicht nur, dass es nur an der Prebox liegt, weil ich habe die, die Endstufe, also die Monostufe, und auch die Stereo-Endstufe, auch jeweils an den Quad, und auch den Audio-Labs getestet, selbst an dem Luxman, und selbst dort waren es, also, ich glaube, der wirklich ausschlaggebende Faktor, an dem geilen Klang, sind auf jeden Fall die Endstufen, die Prebox auf jeden Fall macht einen super Job, und ist auf jeden Fall das passende Combo-Ding, aber, also hier ist die Magic drin, würde ich mal sagen, so sehe ich das immer jetzt, und deswegen, klingt es vielleicht viel, 500 Euro für nur ein Stereo-Endstufe, wenn es auch schon Verstärker gibt, für das Geld, aber, wie schon erwähnt, also der Aufpreis, der kann es durchaus wert sein, und noch kurz auf den einen Kommentar hinzuzuführen, weil einer meinte, so eine extra Box, so einen fetten Klotz, nur für Strom, und dann jeweils eine einzelne Box, und das Design ist so, und es gibt kein Display und so, ist alles Geschmackssache, Audio, Verstärker, Endstufe und so weiter, gibt es in tausenden Formen, das gibt es in Rack-Design, das gibt es im klassischen Design, das gibt es in so vielen möglichen Designs, das ist halt eine Version, die gefällt einem oder einem, gefällt einem nicht, persönlich muss ich sagen, habe ich noch nichts gesehen, was mir nicht gefällt, und manches gefällt mir vielleicht ein bisschen besser, als das andere, das ist eine schöne Combo, wenn man halt nicht wirklich viel Platz hat, wenn man jetzt gerade zum Beispiel, was ja eigentlich von der Größe her schon langt, einfach nur zwei von diesen Boxen nimmt, also einfach jetzt die Pre-Box und die Stereo-Box, ich lege das nochmal kurz drauf, dann hat man da so zwei, im Prinzip zwei solche Klötze, das ist ein schönes Set, also das ist das, ups, kriegt sehr fokussend, das ist ein echt kleines Set, und ist absolut alles umfassend, also ihr könnt da im Prinzip alles dran anschließen, super schön, Wärme spielt kein Ding, also auch bei hoher Last, nach einer ganzen Weile, richtig voller Lautstärke, wird das Ding nahezu nicht warm, ja, ich glaube, ich lasse es jetzt, ihr habt mitbekommen, was ich davon halte, was ihr davon haltet, und vielleicht vom Test und so weiter, könnt ihr mir allerdings gerne in den Kommentaren unten sagen, und da der Kanal noch relativ neu ist, wäre ein Abo, auch nett, genauso wie ein Like, und ja, ich sage bis zum nächsten Mal, Ciao.